Super! Herr Pappert, dass Ihnen Ihr Namen auf ihn eingefallen ist, das ist ja sehr schön. Hey, 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 hey! Zugang, wir machen Zugang, ja was? Wollt ihr überhaupt noch was hören? Ein Riesenapplaus für Bernhard Blink! Ich hab acht Tonnieder, ich war gefertigt. 44 Jahre sing ich jetzt schon damals, ja, 72 in der ersten Hitbade, im April war ich damals da, war fünf Jahre alt, hier ist der Haus Nordrond, ebenso, der bringt sich der Bernhard, der Thomas Heck damals, das waren noch Zeiten. Kinder, habt ihr schon eine CD? Ja, hast du nicht? Dann kommt der gleich rum, ich schreibe auf arme Beine Brüste, natürlich auf die CD, jetzt kommt der mit den alten Schinken an hier. Ja, das war noch damals, als ich. Aber lass die neue auch. Geht durch, geht durch. Also das schreibe ich natürlich auch, ist ganz klar, wunderbar. Guck mal hier, oh. Das hat die doch. Das ist auch schon geschehen. Hallöle! Das ging auf jeden Fall besser als tanzen. Kochen geht auch nicht. Aber wir sind jetzt nie zusammen. Hab mir gedacht, das hat Zugabe richtig schön, alle zusammen. Und zwar ist es ganz einfach. Immer, das hab ich vor 44 Jahren gehabt, ich war von Jay Bastos, und ich hab neulich, kam ein Freund von mir auf mich zu, sagt, das ist Dishockey und Tennisspieler, und spielt sehr gut Tennis. Und er sagte, pass auf, Garnhard, ich bin jetzt mal vorne. Pass auf, äh, Wenn die Tanzfläche es immer voll und dann dieses Lied läuft, dann haben wir es angehört, das kennen wir alle von früher. I saw you walking down the street, laugh, lupti, 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 lupti.